Ich bin mir sicher, du kennst es aus deinem Bekanntenkreis. Irgendjemand, der was ändern möchte, der sagt auch ganze Zeit, wie schlecht es ihm geht, der sagt auch dann, ich möchte das ändern. Im selben Moment sagt er dir aber sieben fiktive Gründe, wo du weißt, okay, das sind einfach Ausreden, warum es nicht klappt. Eins kann ich dazu sagen, wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Ausreden. Aber ja, die Schokolade schmeckt ja so gut oder was auch immer. Da kommen irgendwelche vorgeschobenen Gründe, vorgeschobenen Grund 1, 2 und 3 und du denkst bei jedem, okay, ist doch kein Problem. Und das ist einfach, weil die Leute nicht genug Schmerz haben, um etwas zu ändern und weil der Schweinehund auch sehr klug darin ist, dich sozusagen davon abzuhalten, das zu machen, was wichtig ist. Siehst du hier Sven und Svenja, ich habe dir die aufgemalt, um einfach mal an diesem Beispiel klar zu machen, wie der Schweinehund uns davon abhält, die wirklich wichtigen Dinge zu tun. Denn wenn Sven in Svenja verliebt ist und sagt so, hey, mit der würde ich gerne mal auf ein Date gehen, dann muss der da eigentlich nur rüber tapsen, tap, 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 tap und sagen, hey yo Svenja, du hast eine nette Persönlichkeit, wir kennen uns jetzt schon x Jahre, ich würde gerne mal mit dir ausgehen, hast du nicht Lust, einen Kaffee zu trinken? Wenn sie nein sagt, was hast du verloren? Du hast nichts verloren, sondern Klarheit gewonnen. Du weißt, Svenja steht nicht auf dich oder du musst hartnäckiger sein oder sie mag einfach keinen Kaffee. Das wäre der einfache Weg. Aber was denkt sich denn jetzt Sven? Sven denkt sich, ah Svenja, die muss ich irgendwie auf mich aufmerksam machen. Wie wäre es denn, wenn ich erst mal zum Sport gehe, das hier sollen Hantelscheiben sein, und mich baff trainiere? Dann geht der Sven zum Sport, trainiert dann ein halbes Jahr und wundert sich nach einem halben Jahr, hey, die Svenja, die ist immer noch nicht auf mich aufmerksam geworden. Ganz im Gegenteil, die hat hier so einen Peter und Peter, der ist jetzt schon mit der Svenja. Aber das wollen wir ja nicht. Deswegen, was macht Sven dann? Sven sagt dann, okay, baff trainiert, habe ich mich, hat nicht geklappt, vielleicht will sie keinen Trottel, der unbelesen, aber breit ist. Das heißt, er geht hin und liest einfach mal 100 Bücher und denkt dann, hey, wenn ich 100 Bücher lese und baff bin, dann bin ich doch so ein toller Hengst, dann muss doch Svenja auf mich aufmerksam werden. In demselben Weg findet er immer wieder neue Aktionen, um eben zu versuchen, dass Svenja auf ihn aufmerksam wird. So verschwenden die meisten ihre Lebenszeit, egal ob es jetzt im Business ist, im Hobby ist oder in der Karriere ist. Sie denken immer, hey, ich muss doch irgendwas tun, damit Person X auf mich aufmerksam wird und mir sagt, hey, ich bin auf dich aufmerksam geworden, ich habe erraten, was du möchtest, hier hast du, was du möchtest. Aber merkst du selbst, dass das total unrealistisch ist? Viel realistischer ist, dass du auf Svenja zugehst und sagst, du hast, was ich möchte, deine Präsenz, deine Person, einfach deine freundliche Art. Kommen wir da irgendwie zusammen, dass wir sagen, hey, das können wir teilen oder ich gebe dir was von mir, du gibst dir was von dir. Das ist der einfache Weg. Klassische Person-zu-Person-Deals, die man eingeht, egal ob jetzt im Business, egal ob jetzt im Persönlichen, egal ob jetzt im Hobby oder im Beruf. Wenn du zu deinem Chef gehst und sagst, hör mal, Chef, ich möchte eine Gehaltserhöhung, was muss ich dafür tun? Wird er dir genau sagen, was du dafür tun willst. Wenn er sagt, wir können dir keine geben, dann sagst du, ich habe nicht nach einer Gehaltserhöhung gefragt, sondern ich habe gefragt, wie ich eine bekomme. Und wenn er dann sagt, du kannst keine bekommen, dann sind das Ausreden und dann macht der Chef genau das hier mit dir und du sagst, okay, hey, Chef, dann suche ich mir halt einen anderen Job, außer du gibst mir halt die Möglichkeit, das zu haben, was ich möchte. Und du bekommst nur das, was du möchtest, indem du dafür sorgst, dass du anderen klar machst, was du möchtest. Weil niemand kann in seinem Keller sitzen und die Hoffnung haben, dass irgendwann ein Engel reinkommt oder eine Person reinkommt und sagt, hier hast du einen Lottoschein, mit dem wirst du gewinnen. Oder hier hast du 5000 Euro, mit dem kannst du dir ein neues Auto kaufen. Hier hast du ein neues Auto, mit dem kannst du zum Berg XY fahren und diese Aktion machen. Ach komm, ich trage dich zum Berg Y und mache mit dir diese Aktion. Wie soll das denn funktionieren? Wenn du nicht dafür sorgst, dass das passiert, was du passieren lassen möchtest, dann wird es nicht passieren. Ganz im Gegenteil, dann kommt ein anderer und macht es halt wahr. Und dann sagst du, ja, hätte, wäre, könnte. Aber es ist nie zu spät, um anzufangen. Es ist immer nur zu früh, um zu warten. Lass dir das durch den Kopf gehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Wenn dir generell solche Videos gefallen, lass uns doch ein Abo da. Klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Sieh dir an, was wir für dich vorbereitet haben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und wir sehen uns im nächsten Video.